Hanna, ganz ehrlich, ich dachte, du wärst schon ein bisschen weiter. Ich bin doch extra zu Flo gezogen, damit du hier in Ruhe packen kannst. Ich weiß einfach nicht, was sie aufheben, sondern was weg kann. Schmeiß doch einfach alles weg. Die Wohnung ist der Hammer. Ich zieh einfach mit, Hanna. Es gibt noch eine Kleinigkeit. Das ist Hanna. Läuft da was zwischen euch? Das muss ich verarschen, das ist ein Holländer. Ich habe eine Achtung für den Examen. Können Sie die Musik vielleicht ein bisschen leichter machen? Wir wollen es nur ein bisschen entspannen. Komm, schieß dich ab. Hanna, hast du nicht heute Prüfung? Danke. Ich habe den Job. Sehr gut. Ich habe mir das anders vorgestellt. Immerhin wollen wir schon zu sein. Wir haben noch überhaupt keine Ahnung, ob das miteinander klappt. Ich habe nichts mehr. Hanna wird erstmal weiter arbeiten und ich bleib zu Hause. Dann zieht ihr weg? Nein, ich werde erstmal pendeln. Wie die Spülmaschine geht, weißt du? Ich meinst das ernst. Freitag? Nein, ich schaff euch leider nicht. Dann bin ich nicht da. Ich habe mich darauf verlassen. Captain, wir vermissen Sie und wir hoffen, dass Sie bald und unbeschadet zurückkehren. Ist es jetzt hip und angeseitig, Mutter zu spielen? Du bist mein Naschloch. Du hast dich immer beschwert, dass ich nie da bin und jetzt... Hier ist doch überhaupt kein Platz für mich. Es ist schon komisch, wie wir hier alle Erinnerungen wegstreichen.